Und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, hier wieder zurück in Bowsers Festung bzw. Beechs Schloss. Ja, wie man das sehen möchte. Wir sind wieder zurück, wir haben in den letzten paar Parts ein bisschen Nebenquests, Nebenstory noch erledigt. Einfach um zu zeigen, was da noch möglich ist. Und wir sehen auch immer wieder, es ist noch einiges möglich. Man kann hier noch ordentlich Nebenstuff machen. Für dieses Projekt habe ich mich allerdings entschieden. Dass es erstmal ausreichend ist. Und wir... Oh Gott! Nein! Äh! Und wir das erstmal so beibelassen, genau. So, hier waren wir ja schon fertig bei dem großen Tor. Und, äh, genau, hatten jetzt die Vorahnung, dass es hier halt Richtung Hauptstory geht. Oder, äh, Richtung Hauptstory, Richtung Finale geht, weil hier auch ein Speicherpunkt war. Und hier hinten konnte ich nochmal pennen. Das werde ich jetzt auch nochmal kurz tun. Weil ich auch eben in einen Kampf verwickelt wurde. Wir sind auch kurz vorm Level-Up. Wir haben, glaube ich, 90 Sternenpunkte insgesamt. Ähm, heißt mit den nächsten Kämpfen, sollten wir da eigentlich auch wieder ein Level-Up bekommen. Und, äh, ich weiß noch gar nicht, ob ich da dann auf BP oder auf HP gehe. Ich glaube tatsächlich... Das ist mal HP vielleicht. Weil mit BP komme ich gerade ganz gut klar. Kommt wahrscheinlich ein bisschen drauf an, was wir jetzt so für Kämpfe haben werden. Und ob wir die so gleich bestehen werden. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall, ähm... Ja, wir müssen ja noch gegen Kamikupa kämpfen. Theoretisch. Gegen die olle Hexe. Und gegen Bowser. Die zwei Gegner stehen uns noch bevor. Möglicherweise zwei Bosskämpfe. Mit ein bisschen Pause dazwischen. Deswegen, ich gucke erst mal, was hier jetzt abgeht. So, wir haben hier oben jetzt wieder einen fetten Aufstieg. Was passiert hier? Wir können hier nach links gehen. Können wir auch nach rechts gehen? Haben wir da auch was? Erstmal kurz abchecken. Es geht auch nach rechts. Okay. Haben wir mit Watt zufällig die Möglichkeit, hier noch irgendwas Unsichtbares zu sehen? Erstmal nicht. Ich gehe jetzt mal rechts. Mal gucken. Ich denke mal, wir müssen eh beides machen. Oh Gott. Playstation Zauber. Zack. Erstangriff. Bap, 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 bap. Okay. Wir haben hier auf jeden Fall... Jetzt können wir auch endlich mal scannen, ne? Das müsste jetzt möglich sein. Mitglied wechseln. Und einmal bitte Gumbario. Wir kennen die tatsächlich alle noch nicht. Deswegen, ich würde einmal den Käfer scannen. Das ist ein Knochenkäfer. Das ist ein Knochenkäfer. Der Verwandte, der Käfer. Daher der Name. KP8. Angriffskraft 3. Verteidigung 4. Es ist schwer, sie zu verletzen. Wenn sie ihre Stacheln ausfahren, steigt ihre Angriffskraft auf 5. Wenn sie wieder einziehen, greifen die Gelegenheit, um sie umzukippen. Danach sind sie sehr leicht zu schlagen. Okay. So, da haben wir den ersten schon mal geskippt. Oder gescannt. Jetzt gibt es erstmal einen schönen Hammer-Time. Bam. So. Der greift an, oder? Oder was macht der? Oh, der bufft den. Verteidigung erhöht sich auf 1. Okay. Komm hier aus. So. Und dann, ich scanne gleich nochmal und nehme hier nochmal Kamek. Das ist ein Kamek. Kamek sind die Elite-Magier des Kupa-Clans. 11 KP-Angriffskraft 6. Verteidigung 0. Vorsicht Mario, ihre magischen Angriffe sind nicht zu unterschätzen. Sie kennen viele fiese Zauber. Wir sollten sie schnell besiegen, bevor sie irgendetwas Verrücktes anstellen. Oh ja. Ich meine, so drastisch ist das jetzt auch nicht. Ich meine, wenn ich den jetzt hier weghau, dann flieht ja der andere. Ich werde das aber trotzdem so machen. So, 3 Schaden. Der ist tot. Und du haust jetzt ab, ne? Ja, ja. Kleiner Schisser. Alleine gar nichts. So. 95 haben wir jetzt. Bald Level Up. Ach shit, das war dumm. Das war richtig dumm. Okay, die kennen wir auch alle. Ich würde hier mal fliehen, glaube ich. Ich hoffe, das geht einfach so. Jo. Und schnell weg hier. Oh Gott, da ist ja der nächste Kamek schon. Okay, gucken wir mal, was hier passiert. Let's go. Mh, 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 mh. Okay, da oben ist ein blauer Schalter. Ich wechsle mal kurz auf Watt wieder. Sonst sehe ich hier nicht alle Geheimnisse. Okay, hier sind aber wirklich keine Geheimnisse. Okay, keine Ahnung. Da oben ist ein blauer Schalter. Gehen wir mal gucken, was da passiert. Mh, mh, mh. Okay. Da ist eine Schlüsseltür. Ich gehe mal kurz hier hoch. Was passiert? Okay. Was passiert denn hier oben? Was können wir tun? Eine Kette? Wasser? Okay. Jetzt kann ich hier, ah, jetzt kann ich hier schwimmen. Kann ich das dann auch wieder ablassen, das Wasser? Weil, muss ich ja eigentlich, ne? Weil da unten ist ja eine Tür. Ähm. Ich hoffe, ich kann da an der Kette ziehen und dann wird es wieder abgelassen. Das wäre schön. Aber ich komme jetzt wahrscheinlich dann damit jetzt hier hoch, ne? Vermutlich. Mh, 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 mh. Da scheint... Okay, da oben ist der Schlüssel. Da scheint es aber noch mehr Wasserstände zu geben. Das sieht für mich zumindest so aus. Okay, was macht der Schalter? Ah, ein Sprungbrett. Let's go. Hier einmal durchballern. Und battle! Richtig, Brikette. So. Okay, den hab ich. Bam. Was passiert? Okay, da drüben geht der Wasserstand noch eins höher. Verstehe. Dö, 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 dö. Die Musik erinnert mich an Boses Schloss. Wir sind ja auch drinnen. Yeah. So, Wasserstand weiter erhöhen. Ich hab nur Sorge darum, wie wir es wieder ablassen. Das weiß ich noch nicht genau. Klar, wir brauchen jetzt erstmal einen Schlüssel. Logisch. Aber was dann? Naja. Vielleicht wird uns ja die Antwort gleich zugeworfen. Mal gucken. So, hier erstmal wieder auf Sushi wechseln. Dö, 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 dö. Oh, Sushi! Okay. Schlüssel. Hammer. Was jetzt? Wie? Ja, ich hab ja nur die Möglichkeit, hier lang zu gehen. Kann ich den... Kann ich den Wasserstand jetzt wieder rückwirkend ändern? Geht das jetzt nicht so einfach? Jetzt wieder an der Kette ziehe? Also was anderes fällt mir halt auch gerade nicht ein. Ja, tatsächlich. Wie so eine Toilette. Einfach Wasser ablassen. Alles klar. Und da haben wir jetzt das Wasser komplett schon abgelassen? Oder müssen wir hier jetzt auch nochmal ran? Wurde es nur zur Hälfte abgelassen? Äh... Ja, wurde nur zur Hälfte abgelassen. Okay. Meine Güte. Hätten wir ja auch irgendwo noch einen Schalter oder eine Kette hinmachen können, die das Wasser komplett wieder ablässt, oder? Aber naja... Ja... Okay, dann haben wir auf jeden Fall einen Schlüssel. Wir können weiter. Was auf der linken Seite dann durch das Tor ähnlich ist? Das müssen wir dann noch sehen. So, warte mal. Erstmal einen Schluck Kaffee trinken. Für Energie. So, okay. Dann ab durchs Türchen. Was passiert hier? Gott. Äh, what? Okay. Ich werde mal Buh nehmen. Und mich unsichtbar machen. Shit. Shit. Au, 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 au. Aber die muss ich ja sowieso scannen. Okay, warte, warte, warte. Mitglied wechseln. Goombario. Ich scanne mal kurz. Scanner. Raketen-Willi. Das ist ein Raketen-Willi. Sieh doch, wie seine Außenhaut funkelt. Wenn du allerdings nur... Was? Wenn du allerdings nur das sitzt und ihn anstarrst... Ach, da sitzt und ihn anstarrst. Hat er dich. Maximale KP 3, Angriffskraft 6. Achte auf deine KP, denn ein Explosionsangriff kann sehr wehtun. Lass sie uns ausschalten, bevor sie uns zu nahe kommen. Ähm. Ja. Das wird, glaube ich, nichts mehr. Zum Glück bin ich bei Level Up. Aber die geben auch Erfahrungspunkte, wenn sie sterben. Das ist nicht schlecht, denn jetzt sind wir Level Up und... Investieren in KP, würde ich sagen. So. Und jetzt schön die Kanonen wegballern. Okay. Wir machen nochmal einen Scanner. Willi-Kanone. Äh. Das ist eine Willi-Kanone. Sie feuern einen nicht enden wollenden Strom von Raketen-Willis ab. 10 KP-Verteidigung 4. Sie greifen dich nicht direkt an. Außerdem sind sie sehr stabil. Du musst sie ständig angreifen, sonst ist die Luft bald von Raketen-Willis erfüllt. Glaub mir, das willst du nicht. Glaube ich dir. Okay, die haben echt hohe Verteidigung, deswegen... würde ich schon mit einem Superbeben angreifen. Glaube ich. So, 6 Schaden. Und dann... Ich treffe aber die... Ja, die anderen treffe ich nicht. Ich glaube, wir machen eine... Obwohl, wir haben ja auch noch so ein schönes Item, ne? Ein Sternwind. Komm, wir machen einfach mal ein Sternwind. Ich glaube, das ist okay. Da haben wir erstmal wieder einen Platz im Inventar. Und die Kanonen sind alle kaputt. Gibt auch echt gute Erfahrungspunkte. Es sind jetzt noch 3 Level Ups, ne? Dann sind wir, glaube ich, auf Maximum. Ah, geht weiter hier. Okay. Uh, uh, uh. Rechts, links, rechts. Rechts. Links, rechts. Okay, die Feuern wirklich immer abwechseln. Okay, und manchmal halt so. Okay, sehr schön. Sehr schön, das war gut. Ähm. Okay, wie machen wir das? Machen wir wieder Hammer-Time, oder? Let's go. Das war eigentlich ganz nice. So. Und jetzt? Vielleicht mit Bombette nochmal reinhauen? Obwohl. Wir könnten auch einfach warten und wir lassen noch mal ein paar welche, wir lassen noch welche entstehen. Könnten wir auch machen. Ja, ich glaube, das mache ich. Weil da kriegen wir mehr Erfahrungspunkte. Nichts tun. Zack. So. Da kann man ja eigentlich voll gut farben, oder? Jetzt mal, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt hier einfach drauflüpfe. Guck mal, ich kriege zwei Erfahrungspunkte, oder? Okay, nur noch einen, schade. Aber ist ein Erfahrungspunkt. Und die machen jetzt... Ach nee, ich bin einfach wieder dran. Ich bin dran. Auf Wiedersehen. Tschüss. Und die geben zwei, ne? Nee, die geben sogar... Die geben sogar drei noch. Cool. Okay, das waren die. BP gibt's auch noch ein bisschen zurück. Und es geht hier aber... Direkt wieder weiter. Hä? Hä? Warum kam da oben gerade was angeflogen? Okay. Nein, ich brauche keine doppelte Angriffskraft. Nein. Bam. Acht Schaden, Alter. 16. Auf einen Kugelwilli. Der arme Kugelwilli. Zack. Zack. Okay. Da haben wir nochmal drei Erfahrungspunkte bekommen. Und weiter geht's. Bam. Trufe auf die Kanone. Okay, da haben wir noch einen Gegner. Ist ja nicht weiter schlimm. Wir machen hier gleich mal unseren Power Punch. So. Und... Ja, ich... Ich baller den da hinten gleich nochmal weg. Tschö. So, das sind die ersten zwei Erfahrungspunkte. Dann... Ja. Wir sparen mal ein bisschen, oder? So. Ich weiß ja nicht, wie weitläufig das Ganze hier noch ist. Deswegen, wir sparen einfach mal ein bisschen BP-Punkte. Und jetzt hauen wir hier mal mal Fett mit dem Hammer drauf. 4 Erfahrungen, äh... 4 Damage. Sehr schön. Der macht jetzt keinen Schaden, ne? Aber wenigstens macht er zweimal keinen Schaden. Okay. Jetzt hier mit dem Kopf einmal drauf. Zack. Tschüssi. Also, die sind eigentlich ganz... Ganz cool, die Kanonen. So. Und nochmal 3. Also, wir kriegen ja richtig Erfahrungspunkte, ne? Geil. Okay, hier oben geht's dann gleich weiter. Ach, Mann. Kurz vorm Ziel. So. Zack. Baba. Und zack. Einfach nochmal random 3 Erfahrungspunkte. Ganz schnell. Spontan. Und den haue ich jetzt einfach mit dem Hammer hier. Bam. Ach, shit. Das hat ja nicht so gut geklappt. Oh, das Karmek mit dabei. Dann einmal Superbeben, bitte. Dum, 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 dum. Das ist ein toller Angriff. Ich liebe ihn. So. Und Kopfnuss auf Karmek. Tschüss. So. Genau. Und dann hier zweimal er hier. Zack. Zack. Also, das sind schöne Gegner. Kann man echt gut was mitmachen. So. Dann hier wieder mit dem Hammer drauf. Der erste Down. Drei Erfahrungspunkte. Dann er macht noch einen. Ja, den kann ich jetzt eigentlich aussetzen lassen. Nichts tun. Dann er macht einen Kopfnuss auf den Willi. Bäm. Und dann haben wir schon wieder elf Erfahrungspunkte bekommen. Easy. Und BP gespart. So lässt sich's doch kämpfen. Und da haben wir auch hier den Abschnitt, glaube ich, gecleared. Okay. Oh Gott. Der ist neu. Knochen trocken. Erster Angriff. Dum, 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 dum. Sind doch Knochen trocken, oder? Äh. Scanner. Knochen trocken, ja. Da sind Knochen trocken. Knochen trocken sind die skelettierten Überreste von Koopas. KP8, Angriffskraft 4, Verteidigung 2. Gerade wenn du denkst, du hättest sie besiegt, erheben sie sich wieder und greifen an. Du musst sie alle auf einmal schlagen. Oder setze Feuerattacken ein. Sind sie erst zu Asche zerfallen, können sie nicht wieder auferstehen. Okay. Wir müssen beide gleichzeitig sterben. Das heißt, diese Runde hab ich dann ja schon verkackt, oder? Oder mach ich acht Schaden? Wir probieren's mal aus. Ne, ich mach nur sechs Schaden. Das heißt, der steht gleich wieder auf. Ach ne, steht er nicht. Ach shit. Ah, das war dumm. Das war so dumm. Das war dumm. So, reicht das jetzt? Sind die beide tot jetzt damit? Ja, okay. Aber es gibt keine Erfahrungspunkte? Wollen die noch leben, oder was? Oder muss ich die halt wirklich zur Asche verbrennen? Okay. Äh... Mit geht wechseln? Cooper? Nur mal so für mich. Der ist ja jetzt auch tot. Gibt der jetzt Erfahrungspunkte? Jo. Drei Erfahrungspunkte. Wenn man sie verbrennt, geben sie Erfahrungspunkte. Alles klar. Gut zu wissen. Gut zu wissen. So, und hier haben wir jetzt drei... Hallo? 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 Ein super Pilz für KP. Alles klar. Ich würde tatsächlich mal kurz ein Ahornsirup zu mir nehmen. So. Und würde sagen, das war's für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Beim nächsten Mal wieder einschalten zu Paper Mario. Tschüssi, Leute. Tschüssi, Leute.